Ewan McGregor erhält Stern auf dem Walk of Fame Der schottische Schauspieler Ewan McGregor wurde am 24. Mai 2021 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. McGregor, bekannt für seine Rollen in Filmen wie Trainspotting, Moulin Rouge und natürlich als Obi-Wan Kenobi in der Star Wars Saga, wurde bei der Zeremonie von seiner Familie begleitet. Der Schauspieler und Regisseur George Lucas, Schöpfer der Star Wars Saga, hielt eine Rede, in der er McGregor als einen der talentiertesten Schauspieler seiner Generation lobte. McGregor bedankte sich bei seinen Fans und Kollegen und erklärte, dass er sich geehrt fühle, einen Platz auf dem berühmten Bürgersteig zu haben. McGregor ist nun einer von über 2600 Persönlichkeiten, die mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame verewigt sind. Der Brite ist seit über 25 Jahren im Filmgeschäft tätig und hat zahlreiche Auszeichnungen für seine schauspielerische Leistung erhalten. was soll ich eigentlich sehr viel? Was soll ich eigentlich in einem Garst可tin die Erfolge einem Bau der ... ... ...